Ich begrüße herzlich Dieter Wellershoff. Dieter Wellershoff hat den Heinrich-Böll-Preis bekommen und ich glaube, er ist der einzige, oder er ist der, der Heinrich Böll am allerbesten gekannt hat von allen Heinrich-Böll-Preisträgern. Aber das werden wir heute Abend nicht zu klären haben. Sondern nach langer Zeit, wir haben eine ganze Weile warten müssen, gibt es wieder einen Roman von ihm. Er heißt Der Liebeswunsch und er ist eine, ja ist er ein Liebesroman oder ist er eine Beziehungsgeschichte nur? Ich weiß es nicht ganz genau. Herr Wellershoff, was ist das für ein Stück Literatur? Also man sollte nicht versuchen, Begriffe zu definieren, sondern eine Geschichte zu lesen. Das ist die Geschichte von vier Personen, zwei Paaren, die ineinander verhakt sind und die einen alten Konflikt, weil eine Frau die Partner gewechselt hat zwischen zwei Freunden, stilllegen wollen und befrieden wollen, nachdem eine weitere junge Frau dazugekommen ist, die von dem Verlassenen geheiratet wird. Das ist sozusagen der Versuch, in einem Freundschaftsbund einen Konflikt stillzulegen und dieser Versuch, ausgerechnet dieser Versuch, führt auf die Dauer dazu, dass er aufs Neue in viel schlimmerer Form ausbricht. Das ist die Geschichte. Also das hört sich noch ganz trocken an, aber damit Sie gleich merken, es ist es gar nicht, Ich bitte dich, Dieter Wellershoff, den Anfang zu lesen. Manchmal denke ich, dass ich nicht Sie erklären muss, sondern mich. Mein Interesse an ihr, das so spät, fast sechs Jahre nach ihrem Tod, wieder in mir erwacht ist. Doch vielleicht muss ich erst vom Vergessen sprechen, das gewaltsam als Abwendung und Trennung begann und dann allmählich in Beruhigung überging. Ich habe immer weniger, immer flüchtiger an sie gedacht und irgendwann dann nicht mehr. Wann das war, weiß ich nicht. Man vergisst auch noch das Vergessen, wenn man etwas vergisst. Es ist wie eine doppelte Wand oder wie etwas, das es in Wirklichkeit nicht gibt. Eine doppelte Dunkelheit. Inzwischen weiß ich, man kann nicht sicher sein, sie war verschwunden in diesem doppelten Dunkel, bis ich sie plötzlich wieder sah. Sie erschien mir in jener bannenden Ausdrücklichkeit, mit der eine Schauspielerin im Lichtkegel eines Scheinwerfers, unbeirrt von den auf sie gerichteten Augen im verdunkelten Zuschauerraum, über die Bühne schreitet. Wenige Schritte vor mir bei einer Verkehrsampel, die gerade auf Rot schaltete, kreuzte sie inmitten anderer Fußgänger meinen Weg und verschwand in der Seitenstraße. Ruhig, ohne den Kopf zu wenden, ging sie an mir vorbei, in dem unangetasteten Reiz ihrer längst vergangenen Erscheinung Jahre vor ihrem Tod. Sie erschien mir in dem seltsamen Zwielicht einer nahen Ferne, unwirklich und selbstverständlich und wie jene Schauspielerin nicht anrufbar. Es war eine andere, eine fremde Frau, in der ich sie wiedererkannte. Doch das wusste nur mein Verstand, der den Schrecken, der mich durchfuhr, mit kurzer Verzögerung beiseite schob. Sie war es nicht. Sie konnte es nicht sein. Es konnte nicht noch einmal beginnen. Erleichterung oder Enttäuschung? Ich wusste nicht, was ich empfand. Dann wechselte die Ampel auf grün und angestoßen von der Bewegung um mich herum, ging ich weiter in der einmal eingeschlagenen Richtung, Schritt für Schritt weg von dem sich ebenfalls entfernenden Anlass meiner Halluzination. Nach 20, 30 Schritten hatte ich den Impuls umzukehren und der nun schon ein großes Stück entfernten Frau nachzueilen. Ich wollte ihr ein Stück folgen, um festzustellen, worin sie Anja glich und ob die Ähnlichkeiten oder die Unterschiede überwogen. Das sei wichtig, damit die ins Wanken geratene Wirklichkeit sich wieder festigte, sagte ich mir. Doch eigentlich verstand ich diesen Gedanken nicht. Ich wusste ja, dass ich mich geirrt hatte. Deshalb brauchte ich jetzt nicht noch hinter dieser Frau herzulaufen. Es sei denn, dass dies nur ein Vorwand war, hinter dem sich der entgegengesetzte Wunsch verbarg, den ich mir zögernd eingestand. Wie ein Schläfer, der hinausgefallen aus einem unabgeschlossenen Traum noch einmal die Augen schließt, hatte ich gehofft, dass sich die Täuschung noch einmal wiederholte. Es ist die Geschichte eines Mannes, der mehrfach verliert im Leben. Eines Mannes, der mehrfach verliert im Leben, der zuerst Opfer einer Verlassenheit ist, dann versucht er daraus eine Dreierbeziehung herzustellen. Dann kommt eine Frau und man denkt, jetzt sind wieder zwei Paare. Und dann geht es doch, obwohl der Liebeswunsch einem bei jedem begegnet, jeder möchte irgendwie glücklich sein, es geht doch sehr tragisch aus, wie das gleich zu Beginn erzählt wird. Herr Willershoff, ist das sozusagen schichtenspezifisch, dass da so viel Traurigkeit in dieser sonst so privilegierten Schicht vorhanden ist, Ärzte, Juristen, es fehlt eigentlich an nichts? Also erstmal glaube ich, dass das ganz normal ist, das wird überall so gelebt, was ich darstelle. Es gibt sehr viele Ehescheidungen, Betrug und Partnerwechsel usw. Das ist eine ganz normale Erscheinung unserer Gesellschaft. Nur die Menschen werden auf verschiedene Weise damit fertig. Drei Personen, die in Berufen sind, zwei Ärzte, ein Vorsitzender Richter beim Landgericht, haben sozusagen noch gesellschaftlichen und beruflichen Halt. Nur die eine Person, eine gescheiterte Studentin, die eigentlich in so einer lethargischen Bewusstlosigkeit dahin gelebt hat und schließlich die Ehe geschlossen hat, weil sie noch mehr Angst davor hatte, Nein zu sagen als Ja zu sagen, aber vor allem hatte sie Angst, hat dann versucht, diesen Zipfel von Wirklichkeit zu kriegen, aber hat nichts daraus machen können. Nach Jahren beginnt bei ihr dieser Prozess. Ich möchte sagen, Liebe oder Leidenschaft ist gefährlich für Leute, die gar nichts anderes haben, sie ist aber gleichzeitig auch für die die Rettung. Sie stürzen sich in Liebe und Leidenschaft, um das Defizit ihres Lebens zu füllen. Und wenn das schief geht, dann ist das eine tödliche Situation. Das habe ich eigentlich dargestellt. Der Prozess sozusagen, wie man alles auf eine Karte setzt und daran dann plötzlich scheitert. Und zwar scheitert man an dem Realismus der anderen Menschen, die sagen, so weit also bitte nicht und das ist mir zu extrem. Der Liebhaber auch, der sie faszinierend findet, plötzlich kann er das Wort Liebe nicht mehr hören. Es ist einem einfach zu viel, diese Totalität, alles in diese Perspektive zu rücken und alles andere dafür zu gefährden. Das ist eigentlich die Situation, die sich da ergibt. Die junge Frau kommt in diese Gruppe von normalen Menschen, Akademikern von heute hinein und ist wie ein, na wie soll ich sagen, dadurch wird eine Versuchsanordnung dadurch. Ein Mensch mit einer solchen Radikalität, die aus der Schwäche oder aus der Angeschlagenheit kommt und dass daraus sozusagen eine destruktive Stärke wird. Würden Sie als Gegeneindruck akzeptieren, manchmal kommt mir dieses Mädchen, das sich am Schluss umbringt, als die einzig Lebendige vor? Nein, ich würde sagen, es ist so, sie wird in diesem Moment, wo sie sozusagen alles auf diese Karte der Liebe setzt, wird sie sozusagen aus einer Person, die ichlos und lethargisch dahingelebt hat oder angepasst nachher dahingelebt hat, in dem Moment entwickelt sie eine ungeheure Ich-Stärke. Das ist sie nun, sie weiß, was sie will und hat, glaube ich, den Sinn ihres Lebens gefunden. Aber das ist natürlich auch ein hysterisches Experiment. Ich verurteile keine Person in dem Buch. Der Richter, den manche nicht so gerne mögen, ich finde, ist eine Person, die sehr viel wegstecken kann und versucht, damit zurechtzukommen. Der andere, der Mann, der hier am Anfang als Erzähler auftritt, das ist sozusagen sechs Jahre nach dem Geschehen, da merkt man, er ist so etwas im Flachen gelandet und treibt jetzt so dahin, er hat eine Niederlage erlitten, nachdem er zweimal seinen Freund betrogen hat. Und die Frau, die geglaubt hat, sie könnte das ganze Leben arrangieren, das ist eine Sache der Inszenierung, die ist mit diesem Experiment gescheitert, weil Menschen nicht so zu dirigieren sind. Die Rückbezüglichkeit Wim Wenders oder in allen Medien werden auf einmal die Dinge vom Ende her erzählt, den wirklich großen Experten für das Verfertigen von Literatur gefragt. Dieses Erzählen vom Ende her, nicht so vom schlechten Ende oder vom guten Ende her, ist das was Didaktisches oder warum lässt man sich das einfallen? Das muss man jetzt ein bisschen vom Ende her erzählen, das hört sich so an, als würde man sozusagen vom Ende her rückwirkend das alles nochmal analysierend erzählen. Das mache ich ja nicht. Ich habe einen Ausgangspunkt genommen, sechs Jahre danach, und dann beginnt die Handlung vorne. Und dass aber der Ausgangspunkt sechs Jahre danach ist, dass man weiß, eins weiß man, die eine Frau ist gestorben, die hat sich umgebracht. Das gibt dem Leser sozusagen einen Informationsvorsprung vor den Figuren und macht den Raum plastischer und man kann ihn besser durchschauen. Die Personen handeln, um das mit einem Begriff von Ernst Bloch zu sagen, im Dunkel des gelebten Augenblicks, denn sie kennen die Zukunft nicht. Der Leser kann, das ist ja eine zusätzliche Spannung, der Leser weiß, ein Teil der Zukunft, einen tragischen Teil der Zukunft weiß er. Und er sieht, wie diese Menschen, wie sie an Strippen sich bewegen, in diese Richtung gehen. Ohne es selber schon zu wissen, keiner weiß, worauf das hinauslaufen wird. Sie wollen ja was arrangieren, Sie wollen ja zurechtkommen mit dem Leben. Dieter Wellershoff, herzlichen Dank. Applaus